Willkommen zu einer weiteren Schritt-für-Schritt-Anleitung auf diesem Kanal und wie ihr uns schwer erkennen könnt, geht es hier um den Marktplatz Kleinanzeigen. Denn als Online-Händler sollte man natürlich die großen potenziellen Marktplätze nutzen, um erfolgreich durchzustarten und zu verkaufen. In diesem Video möchte ich dir zeigen, warum sich der Verkauf auf dem Marktplatz lohnt und wie wir die Registrierung und Einstellungen vornehmen können. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Alex und in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfährst du, wie du dich auf dem Marktplatz Kleinanzeigen registrieren kannst, alle nötigen Einstellungen treffen kannst, vor allem für den gewerblichen Handel, aber auch Kleinanzeigen Pro, wo du eine Unternehmensseite für dich gestalten kannst. Alle nötigen und rechtsverbindlichen Angaben werden wir uns hier anschauen und wie du natürlich auch ein Produkt inserieren kannst und das SEO-technisch auch gut machst, um erfolgreich zu verkaufen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie auch Amazon und Ebay, aber auch hier Kleinanzeigen, dann lasst gerne ein Abo da, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr von dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir befinden uns hier auf der Seite Kleinanzeigen und bevor wir mit der Registrierung beginnen, möchte ich euch hier einige Informationen und Kennzahlen einmal zeigen. Und zwar klicke ich hier unten über uns und hier bekommen wir einige Informationen zu den Zahlen und zu der Reichweite von Kleinanzeigen, denn diese ist erstaunlich hoch. Denn mehr als 36 Millionen Besucherinnen und Besucher sind monatlich auf diesem Marktplatz unterwegs. Mit über 50 Millionen gleichzeitig verfügbaren Anzeigen ist das Deutschlands Nummer 1 für den Kleinanzeigenhandel und Kleinanzeigenplattform. Lass uns noch einen Blick auf andere Kennzahlen werfen und zwar hier Kleinanzeigen pro für lokale Unternehmen, aber auch Online-Händler selbstverständlich möglich, haben wir noch weitere Kennzahlen. Und zwar haben wir hier 761 Millionen Visits pro Monat. Das heißt, so oft pro Monat werden Anzeigen angeklickt. Natürlich private als auch gewerbliche. Auch hier steht nochmal über 36 Millionen Besucher und Nutzer monatlich. Über 135 Millionen App-Downloads. Viele nutzen Kleinanzeigen gerne über die App. Ich selber auch. Das ist sehr kompakt und für unterwegs ideal. Und 1200 Anfragen pro Minute haben wir hier auf Kleinanzeigen. Aber auch über 30.000 lokale Unternehmer profitieren schon von Kleinanzeigen pro. Kleinanzeigen pro ist wie gesagt eine Unternehmensseite, die ihr hier euch auch kostenpflichtig erstellen könnt. Zu den Kosten kommen wir gleich nochmal. Da haben wir dann eine gute Übersicht zu den einzelnen Tarifen. Und jetzt denkst du dir, wie Kleinanzeigen für gewerblich Tätige ist doch nur für private Anzeigen. Nein, tatsächlich nicht. Gewerbliche Händler profitieren hier sehr stark von Kleinanzeigen, weil die Reichweite so hoch ist, die Kosten so niedrig sind. Und das Ganze so simpel und einfach möglich ist. Und ich weiß, auf diesem Kanal sind viele unterwegs, die auch gewerblichen Handel, aber privat handeln und sind nicht gewerblich angemeldet. Ich lege es nur jedem ans Herz, das zu tun. Dazu habe ich bereits Videos gemacht, wie du dir eine Gewerbeanmeldung verschaffst und hier dann offiziellen und legalen Handeln führen kannst. Denn der Gesetzgeber sagt generell aus, wenn du irgendwas kaufst und gewinnbringend, und vielleicht ist es nicht mal gewinnbringend, aber mit dem Ziel es weiter zu verkaufen, kaufst, dann bist du automatisch gewerblich tätig. Und hier ist das nochmal beschrieben. Alle Informationen übrigens findest du unten in der Videobeschreibung zu diesem Video und alles rund um dieses Video. Denn wer planmäßig und dauerhaft Waren anbietet, aber auch Dienstleistungen gegen Entgelt, der ist gewerblich tätig. Punkt aus. Das Finanzamt greift hier immer strenger ein und verpflichtet auch die ganzen Marktplätze hier, eure Daten an das Finanzamt zu melden. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Zu dem Steuertransparenzgesetz schaust dir unbedingt an, um keine bösen Erwachungen zu bekommen und hier Abmahnungen oder Strafen zahlen zu müssen. Auf dieser Seite findest du noch eine kurze Übersicht, ab wann du gewerblich tätig bist und ab wann nicht. Falls du nun einen privaten Account hast und gewerblichen Handel betreibst, hast du die Möglichkeit, deinen privaten Account auf den gewerblichen umzustellen. Dazu findest du hier in der Anleitung, wie das funktioniert. Kannst du auch unten in der Videobeschreibung, verlinke ich dir das Ganze. Gucken wir uns mal die Kosten an und wie ich schon angemerkt habe, sind diese wirklich sehr überschaubar. In erster Linie ist der gewerbliche Handel hier auf Kleinanzeigen kostenlos. Wenn du keine Anzeige jetzt extra bewirbst, ist das Ganze kostenlos. Bis zu 10 Anzeigen kannst du kostenlos einstellen. Danach fällt eine Gebühr von 1,95 Euro an, wirklich überschaubar. Ansonsten kannst du das Ganze hier innerhalb 30 Tage 10 Anzeigen kostenlos einstellen. Für die Kategorie Autos und Immobilien fallen anderweitige Gebühren an. Wen das interessiert, kann sich natürlich hier auch nochmal informieren. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, deswegen bietet sich das auch so gut an für den gewerblichen Verkäufer, um hier Kunden zu binden und für sich zu gewinnen. Eine sichere Bezahlung. Sowohl für dich als auch für den Kunden ist das eine sehr gute Sache. Denn hier läuft das Ganze auch über den Käuferschutz. Wir haben hier nämlich die Versandmöglichkeit, die hier direkt bei der Einstellung der Artikel zur Auswahl steht. Wie groß das Paket ist, wie viele Versandkosten fallen an. Du legst die Versandkosten quasi direkt fest. Die zahlt der Kunde dann, wenn er per Direktkaufoption kauft. Und natürlich kannst du dich auch auf einen Preis einigen. Der Kunde oder der Käufer kann hier Preisvorschläge geben, die du dann auch akzeptieren oder verweigern kannst. Und das Ganze, wenn du dann versichert versendest, mit einer Sendungsnummer hinterlegst das Ganze, dann ist das Ganze auch versichert. Das Geld wird einbehalten von dem Unternehmen, das für dieses sichere Direktbezahlen zuständig ist. Darüber habe ich nochmal Info unten in der Videobeschreibung dazu. Und dann wird das Geld für 14 Tage, also die Widerrufsfrist, die hier gesetzlich ja gilt, einbehalten. Und wenn dann alles super läuft, erhältst du das Geld dann auf dein Konto. In der Regel bekommst du es direkt aufs Konto, wenn der Käufer bestätigt, dass er das Produkt erhalten hat. Gibt es Schwierigkeiten, dann wird natürlich dieser Fall zugunsten des Käufers oder Verkäufers durch den Käuferschutz entschieden. Das Gute ist, für uns als Verkäufer fallen hier gar keine Gebühren an. Für Verkäufer ist dieser Service kostenlos. Die geringen Gebühren trägt hier in dem Fall der Käufer. Bevor du nun den Verkauf auf Kleinanzeigen startest, solltest du dich auf jeden Fall informieren, was darf ich denn überhaupt für Produkte auf Kleinanzeigen verkaufen. Denn in der Regel ist es so, dass auch andere Marktplätze gewisse verbotene Produkte haben. Kleinanzeigen hat noch die Möglichkeit Dienstleistungen anzubieten. Und natürlich darfst du Dienstleistungen, die gegen das Gesetz gehen, nicht anbieten. Aber auch andere Sachen wie Produkte mit Freigabe ab 18 Jahren, alkoholische Getränke und Waffen und so weiter, was selbstverständlich ist. Dennoch solltest du dir die Liste einmal anschauen, packe ich dir unten in die Videobeschreibung. So weißt du Bescheid, ob auch deine Produkte hier angeboten werden dürfen oder nicht. Falls du bis hierhin Fragen hast, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und wir können uns hier gegenseitig unterstützen. Und falls dir dieses Format gefällt, natürlich einen Daumen nach oben, denn hier werden noch weitere Videos zu dieser Videoserie folgen. Lass uns mal schauen, wie wir uns registrieren können und das Ganze geht wirklich sehr, sehr schnell. Für die Registrierung klickst du einfach auf das Registrier-Button und hast dann schon die Möglichkeit, zwischen einem privaten Konto oder einem gewerblichen Konto auszuwählen. In dem Falle klicken wir das gewerbliche Konto, dann die Anmeldedaten, eine E-Mail-Adresse und dein Passwort gibst du hier ein und klickst hier einmal, ich bin kein Roboter und schon hast du die Möglichkeit, dich hier kostenlos zu registrieren. Die Registrierung funktioniert übrigens über die App auf deinem Smartphone genauso, ganz einfach und simpel innerhalb von 30 Sekunden. Wenn du dann auf Registrieren geklickt hast, bekommst du hier nochmal diesen einen Schritt zur Registrierung. Da bekommst du eine Mail, damit diese prüfen können, dass du nicht irgendeine Mail benutzt hast, sondern deine echte. Da bestätigst du das Ganze und kommst dann auf die nächste Schaltfläche. Hier wirst du nochmal gefragt, bist du es wirklich? Ja, natürlich bin ich das. Klickst auf Weiter und musst dann hier eine Telefonnummer eingeben. Und auf diese Telefonnummer bekommst du gleich einen Verifizierungscode, den du dann hier eingibst und somit bist du registriert. So, dann solltest du eine SMS bekommen haben auf deine Handynummer, die sollte natürlich echt sein. Falls nicht, kannst du erneut einen Verifizierungscode anfordern hier und sonst klickst du auf Fertig. Hier steht nun, die Registrierung war erfolgreich und wir können uns mit der Mail-Adresse und dem Passwort einloggen. Das tun wir jetzt auch. Nun habe ich meine Registrierungsdaten eingegeben und drücke auf Login. Wie ihr seht, ist das ein neues gewerbliches Nutzerkonto und wir haben natürlich noch keine Anzeigen drin. Die Anzeigen werden wir im weiteren Video schalten. Ich möchte noch kurz hier auf einige Einstellungen eingehen und euch zeigen, was ihr einstellen solltet, bevor ihr überhaupt Anzeigen einschellen solltet. Bei den Einstellungen ist wirklich nicht viel Einstellungsmöglichkeiten. Viele Informationen können wir hier im Kleinanzeigen pro Konto eingeben, aber auch hier haben wir schon die Möglichkeit, einige Informationen zu hinterlassen. Und zwar, wenn ihr gewerblich tätig seid, solltet ihr definitiv hier eine Rechnungsadresse hinterlegen. Bei der Rechnungsadresse habt ihr die Möglichkeit, hier euren Firmennamen, euren Namen und so weiter zu hinterlegen. Falls ihr eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer habt, auch diese könnt ihr hier speichern. Falls ihr nicht speziell nur Dienstleistungen auf Kleinanzeigen anbieten werdet, sondern auch Versandoptionen, Versandhandel, dann braucht ihr unbedingt eine Verpackungsregister-Lucid-Identifikationsnummer. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, schaust ihr unten in der Beschreibung gerne an. Ganz wichtig, denn hier braucht ihr fürs Verpackungsgesetz eine Lucid-Nummer, die ihr hier dann auch mit eintragt. Falls ihr nur Dienstleistungen angebt, also irgendwelche Handwerkerleistungen oder Services, dann braucht ihr diese nicht. Aber ansonsten, falls ihr Pakete versendet und irgendwas mit Versand zu tun hat, braucht ihr die unbedingt. Deshalb solltet ihr hier das Ganze euch anschauen. Soweit, so gut. Das Konto ist nun erstellt. Im Folgevideo, was du dir auch schon unten hier in der Beschreibung anschauen kannst, wenn es schon veröffentlicht wurde, werden wir uns anschauen, wie wir einen Artikel online stellen können, was wir zu beachten haben, um erfolgreich mit dem Produkt auf Kleinanzeigen zu verkaufen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg wünsche ich dir auf Kleinanzeigen und anderen Marktplätzen. Ciao!